Hallo und willkommen auf eurem beliebtesten Racetrack, dem Old Wonderwall. Heute haben wir zwei Top Racer eingeladen, die um sage und schreibe 1000 RIC gegeneinander antreten. Wer wird gewinnen? Ich bin gespannt. So, und heute gewinne ich und nicht genug neben mir. Racer, macht euch bereit. Auf 3, 2, 1, los! Boah, das ist immer noch hinter mir, Mann. Ich brauch die Kohle. Ein Checkpoint nach dem anderen. Die haben es heute wohl eilig. Oh, okay, ich glaub, der Noob ist jetzt weg. Was ein knappes Rennen. Die schenken sich ja hier gar nichts. Oh, äh, Liz, das wollte ich dir gar nicht zeigen. Ähm, ja, aber das Schiff ist eigentlich ganz cool.